Traumberufe Im Jahre 2021 befragte ein Institut 2000 Deutsche, Schweizer und Österreicher, was ihre Traumberufe sind. Die Umfrage hat auch gezeigt, dass 65% der Arbeitnehmer heute gerne eine andere Arbeit hätten. Hier die beliebtesten Berufe. 1. Arzt Die Nummer 1 bei den Traumberufen ist der Arzt. Ein Arzt untersucht meistens Patienten, spricht mit ihnen und entscheidet was weiter passieren soll. 2. Schauspieler Schauspieler spielen in Filmen und im Theater. Sie spielen eine Rolle und müssen ihren Text gut lernen. 3. Softwareentwickler Besonders bei der jungen Generation ist dieser Beruf beliebt. So ein Spezialist entwickelt oder modifiziert Computerprogramme. 4. Pilot Besonders ein Traumberuf der Männer. Ein Pilot fliegt Flugzeuge oder Helikopter. In diesem Beruf hat man eine sehr große Verantwortung für die Passagiere und das Flugzeug. 5. Fotograf Das ist ein kreativer Beruf. Man kann für die Medien arbeiten, aber auch für Privatpersonen oder in der Werbung. 6. Tierpfleger Der perfekte Beruf für Menschen, die Tiere lieben. Der typische Arbeitsplatz eines Tierpflegers ist ein Zoo. 7. Reiseführer In diesem Beruf zeigt man Touristen verschiedene Plätze in einem Land und erzählt interessante Sachen über diese Plätze. 8. Anwalt Um Anwalt zu werden, braucht man ein Studium. Ein Anwalt hilft Privatpersonen, Unternehmen und Organisationen bei rechtlichen Problemen. 8. Anwalt 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 Anwalt